Mr. Pang Das ist ein Gerät, das selbst eine sehr schwere Verstopfung der Rohrleitung in wenige Sekunden bewältigen kann. Mit Mr. Pang muss man keine Sauglocke verwenden oder keine teuren Mittel kaufen und warten bis sie wirken. Das Werkzeug schießt eine Ladung Kohlendioxid, die den im Rohr steckengebliebenen Müll nach vorne stößt. Mr. Pang ist wiederverwendbar, für den Betrieb müssen nur die mit Gas befüllten Patronen regelmäßig gewechselt werden. Die Vorrichtung bewältigt verstopfte Rohre verschiedener Formen gleichermaßen effektiv, ohne die Rohre selbst zu beschädigen. Der Preis für das Werkzeug beträgt ca. 50 US-Dollar. Tooth Shower Eine Zahnbürste kann die gesamte Mundhülle nicht effektiv reinigen. Zahnärzte empfehlen, Zahnseide zu verwenden, aber damit wird das Zähneputzen länger und unpraktischer. Tooth Shower ist ein Instrument, das speziell entwickelt wurde und eine völlig neue Erfahrung beim Zähneputzen bietet. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Munddusche mit einer kompakten, verbesserten Konstruktion. Die Entwickler starteten das Gerät mit drei verschiedenen Modios, sodass es die Zähne putzt, das Zahnfleisch massiert und wie eine Munddusche die Mundhülle reinigt. Im Reinigungsmodus wird das Gerät mit einer doppelseitigen Bürste in Form einer Gabel geliefert. Die Borsten berühren gleichzeitig die obere und untere Zahnreihe und deren Außen- und Innenflächen. Das Gerät gelangt bei der Reinigung an jene Stellen, die mit einer Zahnbürste unerreicht bleiben. Die Massagedüse stimuliert die Durchblutung des Zahnfleischs, stärkt sie, arbeitet aber sehr vorsichtig. Tooth Shower wird an der Wand in der Dusche befestigt und ist an die gemeinsame Wasserversorgung angeschlossen. Somit nimmt das Gerät keinen Platz in der Spüle ein und das Spritzen vom Wasser ist nicht kritisch. Die Wassertemperatur und der Druck der Düsen sind einstellbar. Im Inneren des Gerätes befindet sich ein Behälter, der mit Mundwasser gefüllt werden kann. Tooth Shower kann für 129 US-Dollar gekauft werden. Wagner Control Pro Das ist ein revolutionäres Airless-Spritzgerät für Farben, Lacke und andere Flüssigkeiten. Control Pro von Wagner kann viele Oberflächen bearbeiten. Horizontale, vertikale und andere komplexe Formen. Der Anwendungsbereich ist praktisch unbegrenzt. Das Werkzeug eignet sich zum Bemalen von Wänden, Decken, Möbeln, Fenstern und Türrahmen sowie Heizkörpern. Es kann auch von Personen verwendet werden, die nicht direkt im Bauwesen tätig sind. Zum Beispiel können Tischler damit eine Schutzbeschichtung auf das Holz auftragen. Natürlich eignet sich das Gerät auch zur Beschichtung von Metall mit Korrosionsschutzmitteln. Die Airless-Sprühtechnologie garantiert eine gleichmäßige Farbschicht. Es entstehen keine Schlieren oder Streifen auf der Oberfläche. Der Hersteller bietet mehrere Gerätemodelle an, sie haben die gleichen Funktionen, unterscheiden sich jedoch leicht in ihren Leistungsmerkmalen. Pro 170 verbraucht 1,25 Liter pro Minute, pro 150 verbraucht 1,1 Liter pro Minute. Das erste Gerätemodell kostet 430 Dollar, das zweite 280 US-Dollar. Vray In der modernen Welt werden Sterilisationen immer beliebter. Daher leigen Hersteller dazu, sie kompakter, komfortabler und benutzerfreundlicher zu machen. Das südkoreanische Unternehmen Primetec hat den Universalsterilisator Vray präsentiert, der in nur 5 Sekunden 99,9% der Bakterien abtötet. Sein Preis beträgt 189 US-Dollar. Interessanterweise haben die Entwickler das Gerät mit einem sicheren Modus ausgestattet. Das bedeutet, dass das UV-Licht nicht nur dann eindringt, wenn die Lampe nach unten gerichtet ist, als auf ein Objekt, das entkeimt werden muss. Wenn die Lampe umkippt, wird sie automatisch ausgeschaltet, damit andere Objekte nicht bestrahlt werden. Mit Vray können elektrische Geräte wie Smartphones, Besteck und andere Geräte desinfiziert werden. Ein entscheidender Vorteil ist, dass der Sterilisator nur 495 Gramm wiegt und auch drahtlos ist. Das heißt, es ist möglich, Keime absolut auf jeder Oberfläche zu zerstören. Es reicht aus, den Sterilisator an die Oberfläche zu bringen und 5 Sekunden lang zu halten. Elektro-Annes Das ist ein einzigartiges Gerät, das einen leistungsstarken Staubsauger und einem Bodenmischer effektiv kombiniert. Elektro-Annes ist leicht, kompakt und reinigt alle harten Oberflächen im Haus, von der Fliese bis zum Laminat. Das leistungsfähige Vakuum saugt die Schmutzpartikel an, während die rotierende weiche Auskleidung die Flüssigkeit abwischt. Das Gerät nutzt die Luftströmung, um die Verschmutzung in kleine Partikel zu brechen, die dann leicht absorbiert werden. Elektro-Annes Die zwei Räder an der Rückseite der Reinigungsdüse lassen Elektro-Annes leicht auf dem Boden rollen. Der innovative Bodenmischer-Staubsauger spart Zeit, da der Boden nicht zuerst gesaugt und dann gereinigt werden muss. Elektro-Annes kann für 350 US-Dollar gekauft werden. Kitchen-Sink-Schwurm und Ultra-Tabschwurm Herkömmliche Becken haben ein komfortables, aber kein perfektes Design. Sobald sie mit Speiseresten oder anderem Müll gefüllt sind, lassen sie kein Wasser mehr durch. Und wenn das schmutzige Geschirr mindestens einen Teil des Abflusses bedeckt, kann das Wasser auch nicht abrinnen. Kitchen-Sink-Schwurm und Ultra-Tabschwurm Herkömmliche Becken haben ein komfortables, aber kein perfektes Design. Sobald sie mit Speiseresten oder anderem Müll gefüllt sind, lassen sie kein Wasser mehr durch. Und wenn das schmutzige Geschirr mindestens einen Teil des Abflusses bedeckt, kann das Wasser auch nicht abrinnen. Kitchen-Sink-Schwurm ist ein Aufsatz, der diesen Nachteile nicht hat. Er kostet nur 19 US-Dollar, spült aber auch dann weiter, wenn das Becken verstopft oder mit Geschirr bedeckt ist. Kitchen-Sink-Schwurm hat eine glatte Oberfläche und ist daher sehr pflegeleicht, beseitigt jedoch effektiv die Verstopfungsgefahr. Ein weiteres Gerät des L-M-Herstellers ist Ultra-Tabschwurm. Es erleichtert die Reinigung einer Badewanne oder einer Dusche. Aufgrund der einzigartigen Konstruktion sammelt der Aufsatz alle Haare auf und verhindert somit, dass das Loch verstopft wird. Das Set kann für 25 US-Dollar gekauft werden. Terza Steam Hier kommt ein Gerät, das dem Hersteller zufolge das erste vollautomatische System der Welt ist, das an der Wand befestigt wird und in nur 10 Minuten die Kleidung in perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier kommt ein Gerät, dastoi mit dem Hersteller zufolge das ersteendum ist, das in der Wand befestigt wird, das erste LeFX kor sausage ver politicisiert wird und den Kur slowly ver � McCollum immer auf und verw đấy stood над됐. быстро